Hello again, meine Freunde. Vielen Dank, dass du wieder eingeschaltet hast. Kellerneues, Battleship Rhaegar. Tor mal zwei Röntgen. Ja, meine Freunde, heute machen wir mal wieder ganz entspannt. Wir dürfen uns jeder einen Spieler aus unserem gewählten Team aussuchen und diese Tore zählen dann mal zwei für die Partie. Ergo, du kannst auch ein Spiel verlieren, aber wenn dein Spieler einfach mehr getroffen hat und du am Ende laut deren Tore dann führen würdest, dann darfst du abstoßen. Wir werden dem anderen das natürlich nicht sagen, erst wenn das Spiel vorbei ist. Somit muss man dreimal gucken, wen man da jetzt genau deckt oder lass ich den einen durchlaufen. Im besten Falle gewinnst du einfach hoch, dann kann dir das eh scheißegal sein. Ich habe mir heute eine kleine, ja, was heißt Mammutaufgabe, aber heute haben wir mal wirklich einen Gegner für so eine Folge hier. Richtig krassen gehe ich, ne? Krass nicht, aber okay. Herzlich willkommen, Broski. Hi, hier ist der krasse Typ auf ganz YouTube. Moin, Leute. Ja, der beste Torwart auf ganz YouTube, meine Freunde. Ja, alle anderen sind schlecht. Hi, schönen guten Tag. Muss ich direkt zeigen, wer mein Doppeltor Brasco ist? Haha, ist mir scheißegal. Wir gehen jetzt mal auf den Spieler, der unser Doppeltor Brasco ist. Okay, ja, ich bin drauf. Die Leute sehen es jetzt. Wenn der trifft, zählt es mal zwei. Wir wissen es nicht. Die Frage ist, was ist, wenn der nicht reinkommt, dann ist halt scheiße gelaufen oder was? Ja, mei, so Phasen gibt es ja mal, ne? Wenn es scheiße läuft, läuft es scheiße. Alles auf die Bank und Action. Wird mich selber eine Bewertung freuen. Ihr habt gefordert, dass wir mal wieder mehr sowas machen. Ich werde mir Mühe geben, dass die nächsten Folgen ein bisschen mehr Special-Volumen noch bekommen. Kriegen wir hin. Alle auf die Bank. Und wir haben bei Broski natürlich ebenfalls eine Folge aufgenommen. Unbedingt abchecken. Link ist unten in der Videobeschreibung. Abfahrt. Le, le, le. Doch bevor wir ins Video starten, Freunde, habe ich eine kleine Produktvorstellung für euch. Und zwar hat mein Partner HyperX, ja, wisst ihr ja mittlerweile, dass das mein fester Partner ist. Gute Leute da. Die bringen jetzt ein neues Headset raus für die PS4, Freunde. Ja, ist ein offiziell lizenziertes Produkt. Ja, erkennt man das da? Sauber die Kamera, Fokus kann sie auch. Sieht man auch nicht allen Tagen. Dieses Ding ermöglicht euch quasi mit euren Kumpels online. Sei es FIFA, sei es was weiß ich, Fortnite, scheißegal. Einfach stöpse in the Controller und ihr könnt euch verständigen. Ihr könnt hören, was der andere sagt. Ihr könnt auch einfach nur den Gameplay sounden, wenn ihr euren Eltern auf den Keks gehen wollt oder einfach mehr Feeling haben wollt auf den Muscheln. Dann könnt ihr das Ding benutzen, ja, ohne irgendwelche Updates, ohne irgendwelche Softwares runterzuladen. Einfach Stecker rein und funktioniert. Geil, einfach geil. Das ganze Ding kommt in so einem Karton, ja, mit den Playstation-Farben, Blau und Weiß oder dem FC Schalke 04. Und hier haben wir das gute Stück. Sehr, sehr hochwertig, die Teile. Ich benutze in meinen Aufnahmen auch das Cloud Alpha von Hyper, da habe ich ja hier noch. Sie sind die sehr identisch, ja, halt nur die Farbe ist anders und ihr habt hier ein bisschen mehr Spielerei dran an dem Kabel. Ja, ihr könnt die Lautstärke regulieren, ihr könnt euer Mic da umstellen, ihr könnt machen, was ihr wollt. Mic, hier ist gar keins dran. Könnt ihr separat einfach dranstecken, ja. Das ist ja mittlerweile auch gängig. Wo ist der Nöppel hier unten? Einfach die Verschlusskappe hier unten lösen, abmachen, ja. Zack, herausnehmen, nicht verlieren natürlich und dann könnt ihr das Ding hier rein stöpseln. Für die nächste Appanello. Könnt ihr natürlich auch noch größer stellen. Zack, Mikrofon einrichten. Test, test, Mayday, Mayday, test, test. Ihr habt hier oben an der Seite das Playstation-Logo noch mit drauf. Wie gesagt, die HyperX-Logos an der Seite jeweils drauf. Optischer Aspekt, ich finde es ganz nice, ist nicht aufdringlich. Es ist ein lizenziertes Produkt für die Playstation. Ja, also das kann man auf jeden Fall sagen. Es ist kein, natürlich ist es Zubehör, aber nicht so herrenloses Zubehör. Es ist wirklich dafür gedacht, Freunde. Kabellänge sind wir hier bei 1,03 Meter. Soundqualität vom Mikrofon. Ich habe damit ja schon gezockt gehabt. Gegen Kumpels und in ProCup-Lobbys bin ich einfach eingegangen in Fremde. Da hörst du ja auch immer random so Leute. Kannst dich mit denen einfach unterhalten. Gerade bei meinem Kumpel, das ist so das, was für mich gezählt. Ich habe immer gefragt, wie die Mikroqualität ist. Er sagt, einwandfrei. Also gehe ich davon aus, dass die Tico-Taco ist hier, Freunde. Quasi nicht wie wenn du durch die Kartoffel redest. Ich finde die Headsetz auch vom Tragekomfort mega angenehm. Ja, also ich merke es teilweise nicht. Natürlich merke ich, dass ich was auch für Ohren habe, weil wenn ich rede, hört sich das komisch an. Es ist sehr angenehm zu tragen. Ich bin ein Cap-Träger. Ja, selbst die Kappe stört einfach gar nicht. Ich finde das Dinge nice. Könnt ihr rumspielen, wie ihr wollt. Ja, Achtung, Achtung. Könnt das Ganze sehr, sehr gerne mal abchecken. Wie gesagt, die Links sind unten drin in der Videobeschreibung von HyperX und alles. Ihr könnt das Ding jetzt hier gewinnen. Ich verlose dann euch, ja. Einfach dem Video eine Bewertung dargelassen haben, positiv oder negativ. Je nachdem, wie das Video euch gefallen hat. Und Hashtag HyperXFamily in die Kommentare ballern. Und dann habt ihr die Möglichkeit, hier das Ding hier zu gewinnen. Ja, ich ballere eins an euch raus. Und die anderen, die vielleicht ihr Glück nicht versuchen wollen, aber auch nach so weit auf der Suche sind. Könnt ihr auf jeden Fall mal abchecken. Die vielleicht schon eins haben, könnt ihr es im Hinterkopf behalten. Wenn ihr auf der Gamescom seid, checkt auf jeden Fall ab, wo die Produkte von den Jungs da sind. Und macht euch einfach mal euer eigenes Bild. Ja, ganz entspannt. Und ja, dann war das im Prinzip auch schon. Sollen wir den Broski abziehen? Und dann läuft der Hase hier. Ich schon. Spieler sind auf der Bank, Freunde. Und nicht erschrecken. Wir dürfen so viele Icons benutzen, wie wir wollen. Ja, also, weil ich jetzt hier acht Stück drin hab. Äh, nicht erschrecken. Ach so. Nicht erschrecken. Ja, gehen wir rein. Verlieren wir nicht viel Zeit, Digga. Fang du an. Nenn mir die ersten Zahlen. Welche Formation spielst du? 4-3-3 nochmal. Okay, 4-2-2 spiel ich. 4-2-2. Da fehlt aber noch irgendwie was. Ohne Stürmer spiel ich. Richtig. Reicht für dich. Nice. Ne, gib mir die beiden Stürmer. Spielst du 4-2-2-2 oder was? Ja, genau. Ja, dann machst du linken Sturm die 11. Und rechten Sturm die 12. Äh, pass mal auf. Äh, rechter Stürmer die 1. Bra, le, le, le. Mitte die 9. Äh, 8, 9. Ja. Und, äh, links die 12. Ah, ja. Ja, 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 ja. Dann mach ich linkes ZOM, hätte ich gerne die 1. Links? Mhm. Ist drin, ja. Rechts ist ZOM die 10. Oh. Ja. Linkes ZDM die 2. Warte mal, war das ZOM? Recht ist ZOM? Ja. Ja, so. Jetzt linkes, was? Linkes ZDM? Linkes ZDM die 2. Ja. Und rechtes ZDM die 8. Wow. Du hast echt gut angefangen, ne? Hm. Und jetzt hast du alles komplett verrissen, Alter. Ich kann, glaube ich, keinen mehr kriegen. Bitteres Pilchen. Na gut. Linker ZM bei dir, die 3. Hm. Mitte die 7. Ah, scheiße. Rechts die 11. Muss noch Schauspieler anleeren, mein Junge. Ah! Was ist das denn für eine Scheiße? Also, vorbewerb. Außenverteidiger? Komm, wir machen mal nur Außenverteidiger, damit es spannender. Ah, ist egal. Spannend wird das sowieso nicht. Äh, links die 3. Hm. Rechts die 7. Ja, danke. Wie meine ist er drin? Schon drin? Yes, I hope. Linker Verteidiger die 2. Ja. Rechts die 4. Yes. Dann machst du linken Innenverteidiger die 4. Hm. Rechten Innenverteidiger die 5. Das ist natürlich Bullshit, hat er jetzt gemacht. Pass nochmal zum Abschluss. Die 8 links und die 10 rechts. Ja. Welche Zahlen sind bei dir noch übrig? 6 und 9. Packst du ins Tor die 9? Ja, immerhin. Du die 5. Nein! 6 war mein Keeper! Woohoo! Nice! Muss los! Nice! Muss fucking los! Äh! Ey, du hast so gut angefangen, ne? Und dann hast du so assi nachgelassen vom Teambauer bei mir. Wie viel hast du? Zwei Game Changer. Ja, immerhin. Ich hab einen. Muss den machen. Oh, komm mal mit zu den Teams. Äh. Ja, doch. Bei dir ist es schon auffällig. Du hast mir Lozano vorne hingestellt. Hä. Ich glaub, ich weiß, wen du hast. Es ist auch ne Zeit hier, du hör mal an. Naldo und Talischka. Guck dir das an, du. Jawoll! Alter, wurde der ja gewaltigt. Schiedsrichter, wollen wir auch noch mal pfeifen hier, oder? Äh! Jawoll! Darf ich auch den richtigen Spezi stehen auf der Position? Ja! Nein, das ist der Bronxen! Ja, asozial! Ja! Wieso geht denn der da nicht hin? Let's go! Guck mal, den muss der Verteidiger kriegen. Der Tor muss den auch halten, Alter. Alter, ich hab mich so überhaupt nicht getraut, mit dem Bronxen zu schießen, ey. Ja, verständlich. Aber den muss man doch kriegen, ey. Ja, 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 ja! Oh! Äh! Hier steht ein scheiß Talischka, Alter! Der ist 100 Meter groß! Ach, da gibt's ne Karte, Schiedsrichter? Ja! In den ersten Minuten? War böse! Ach ja, moin! Da kann man mal Manola schicken! Warum nicht? Oh nein, 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 nein! Nicht Carlos, nein! Nein! Ah, da ist mein Spieler! Zählen die Tore mal zwei mit dem! Ja, ja. Ja, ja! Das ist mein einzigster... Das einzig glücklichste Händchen, da tut kein Keeper drin, sonst würde es hier, glaube ich, sehr, sehr schwierig werden für mich. Kennst du da den Bergkampf? Zweikampfwunder? Oh! War an! Was? Oh! Ich hab gefettfingert. Ich hab's doch gefettfingert. Ich hatte noch L1 gedrückt, ich weiß nicht warum. Nein. Nein. Siehst du, das meine ich. Oh! Goldspieler können auch mal über sich hinauswachsen. Wenn der dann Bronzemann hätte ich... Alle! ...wär schlimmer. Ey, du kannst nur Luzano haben, Alter! Carlos, das macht gar keinen Sinn! Oh nein. Ja, jetzt lieg ich hinten. Oh! Ich kann mir halt nicht vorstellen, dass du Ibra genommen hast. Ich denke schon, dass du Mbappé hast. Hallo, krieg ich mal Bergkamp angewählt? Danke! Ja, manchmal musst du halt einfach mal laufen. Ja. Du weißt halt schon, wer hier steht. Nee, das Bergkampf, ne? Zweikampfwunder. Hallo! Mein Gott, ey, das geht mir aber doch ein Sack hier, eine Verteidigung. Nein, ja! Ja, nein! Der Torwart ist ja richtig scheiße, ne? Alisson ist ja richtig kacke, Alter. Das Wall liegt vor dem, ey. Muss fucking los. Schusswunder! Mit dem brauchst du gar nichts machen. Mit dem brauchst du nicht flanken, nicht schießen. Nicht passen. Nein! Ich dachte, der legt sich hin wenigstens, Alter. Das ist alles Buß können. Ja, richtig lock. Ich auch nicht. Mann! Scheiße! Jetzt steht es halt auf jeden Fall 3-1. Fuck! Mein erstes Tor hat aber Dings gemacht, ne? Carlos. Als wenn ich ihn Carlos nehme. Ja, Luzano. Luzano ist halt ziemlich offensichtlich, findest du nicht? Nein! Ah! Nein! Ey! Was, du Untermensch? Ah, immerhin! Immerhin! Also, wer war dein Typ? Äh, Luzano. Das war so klar. Aber, meiner war tatsächlich Ibra. Echt? Ja. Also, ein, dann, ne? Äh? Das steht es 3-2. Theoretisch. Ja. Ja, schau. Hätte ich nicht gedacht, dass du ihn dran nimmst. Ja, MAP war zu obvious und Martial habe ich irgendwie nicht dran gedacht. Aber der war halt eben Tor. Was willst du machen? Ja, das ist okay. Einen können wir trotzdem abstoßen. Also, passt das Ergebnis hier trotzdem. Ja? Ja, gut. Ja, gehen wir rein ins Abstoßen. Aber, ich muss sagen, Broskatz stark. Stark gespielt. Ja, ich, ich, ich stelle auch schon um. Äh, wie? Ja, du kannst. Scheiße. Ah, ich kann schon? Okay. Oh, bitte kein Futi, Alter. Bitte kein Futi und kein Pogba. Weißt du, was? Torwart. Hast den Gomez getauscht, war mit Martiali. Boxe! Ole, ole! Martial mit Lara, ZDM, war? Lea Linker. Ach, die Jemine. Ja, Freunde. Vielen Dank fürs Einschalten. Lasst einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dahin. Haut da rein. Kauft mein Merch. Und habt einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss. Wuh, wuh. Wie viel Glück kann man eigentlich haben, ey?